You guys look great! Okidoki, 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 ich bin ein Abend in Köln und es gibt direkt Krieg. Erstmal wurde ich hier in den Club gesteppt, ja? Es war sicherlich alles schon Teil des Plans, nämlich dann, nach dem Club, war ich natürlich ziemlich fertig und hab mich dann entschieden, bei Rob und Dylan auf der Couch einzuschlafen. Ein großer Fehler. Denn Leute, wisst ihr, manchmal ist Rob ein guter Gastgeber. Ha, klasse. Mit einer Decke zugedeckt, alles perfekt. Doch dann hat sich Rob dazu entschieden, den guten Gastgeber abzulegen und den bösen Gastgeber erwachen zu lassen. Ja, habt ihr das gesehen? Er hat Wasser auf meinen Kopf geleert. Hat mich aber irgendwie relativ wenig interessiert. Doch dann kam es zu Step 1. Mehr Wasser. Und Step 2. Übertreiben. Und dann war ich nass. Ja, na, so kann ich das nicht auf mir sitzen lassen. Deshalb hab ich mir schon etwas Geniales überlegt. Und zwar, oh shit, warte, ich merk gerade, ich hab ja gestern versprochen, dass es heute eine Wohnungstour gibt. Äh, ja, ich würde sagen, das verschieben wir, aber ich zeig euch schon mal einen Teil der Couch. Okay, zurück zu Rache. Hehe, also, wir haben hier diese Lautsprecherbox. Die ist nagelneu und sehr laut. Und Rob war noch nie so richtig in dieser Wohnung drinnen. Und ich will ja, dass sein erster Eindruck direkt einzigartig ist. Ha, ich bin so lieb. Und deshalb werde ich jetzt gleich diese Box nehmen und sie genau hier hinstellen. Den Strom beziehe ich aus dem Bad. Und in dem Moment, wo Rob diese Tür betritt. Oh shit. Alter, war das laut? Ich würde sagen, möge der Spaß her beginnen. Ey, Rob, kannst du ganz kurz vorbeikommen? Ich will diese Bilder aufhängen, die ich da in Berlin auch immer im Hintergrund im Video hatte, dass ich filmen kann. Und ich kann das nicht alleine. Hast du grad kurz Zeit? Äh, yes, Bro. Ich komm gleich vorbei. Magst du mir deine Adresse schicken? Ach, jetzt müssen wir jetzt natürlich direkt fokussieren im Kopf. Weil er wohnt nur so fünf Minuten weg. Das heißt, ich muss jetzt instant alles ready machen. Ja, ich glaub, alles ist ready. Super. Die Kamera hier ist ready. Ihr seht dann seine Reaction. Bei der Tarnung hier kommen sich dann auch weniger Beschwerende. Oh, hi, Bro. Er ist da. Hast du nicht das Riffel? Ach, nee. You got fucking wrecked. Die Rache fürs Wasser. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich in der richtigen Wohnung bin. Du lebst jetzt hier? Hahaha.